Hallo, wir sind Anja und Ilan und befinden uns gerade in Holland wegen einer Dusche. Unserer Tiny House Dusche, hoffentlich. Genau, hoffentlich unserer künftigen Tiny House Dusche und zwar nicht irgendeine Dusche, dafür sind wir ja jetzt nicht extra angereist, sondern um die erste, für mich zumindest oder für uns, die erste Showerloop Dusche mal live zu erleben. Es war ja für uns total wichtig, in unserem Häuschen den Wasserverbrauch so gut wie möglich zu reduzieren und fanden dieses System der Wasseraufbereitung total spannend. Schauen wir uns das heute an, wir nehmen euch mit. Hier wird nämlich ganz klar zwischen dem Duschprozess, also mit Seife, und dem Wellnessfaktor, also des länger Duschens, unterschieden und wie das Ganze funktioniert, das zeigen wir euch jetzt. Die E-Shower funktioniert im Prinzip in zwei Phasen. Einmal mit der Handbrause, die einen Durchlauf von 6 Litern pro Minute hat. Hier wäscht man sich mit Seife, mit Shampoo, reinigt sich also von dem groben Schmutz. Wenn das dann vorbei ist, kann man auf Showerloop umschalten. Das Reservoir, beziehungsweise dieser graue Smartstop, so nennt man ihn, fährt dann runter. Das Reservoir mit einem Fassungsvermögen von 3 Litern läuft voll. Und sobald der Punkt erreicht ist, schaltet die Dusche automatisch auf den Regenduschkopf um. Egal, ob das jetzt 15 oder 25 Liter sind. Das Wasser wird gefiltert durch einen groben Filter, wo Haare und grober Schmutz aufgehalten werden, wird dann über eine Pumpe hochgepumpt und über eine UV-Lampe dann nochmal bestrahlt, damit die Bakterien auch getötet werden. Während des Showerloops werden dann konstant 10% des Wassers, also abhängig vom Duschkopf, zwischen 1,5 und 2,5 Litern Frischwasser zugegeben, damit dann auch das Wasser immer temperiert bleibt und pro Minute immer klarer wird. Da sieht man jetzt nochmal den Filter ganz gut. Der große runde Knopf ist im Prinzip der Start- und Stoppknopf des Duschvorgangs. Auf dem Display kann ich natürlich noch Einstellungen vornehmen. Kommen wir zur Wartung. Den Container, den wir jetzt hier sehen, den kann ich ganz einfach mit Essig befüllen. Ich brauche kein extra Produkt dafür zu kaufen. Das vermengt sich dann mit Wasser und reinigt das System dann einmal durch. Das Sieb und Smart-Stop, die kommen beide in die Spülmaschine tatsächlich. Und oben das UV-Licht, das lässt wohl oder beginnt nach ca. 7000 Stunden nachzulassen und müsste dann laut Firma nach 15 Jahren etwa ausgetauscht werden. Die Handbrause läuft mit 6 Liter pro Minute und abhängig davon, ob ein 15 Liter oder 25 Liter Regenduschkopf verwendet wird, werden pro Minute etwa 10 Prozent, also 1,5 bzw. 2,5 Liter Frischwasser verbraucht. Die Reservoirs haben alle ein Fassungsvermögen von 3 Litern, unabhängig von dem Regenduschkopf, den ich verwende, ob 25 oder 15 Liter. Um zu ermitteln, wie groß die Wasserersparnis jetzt für jeden Einzelnen tatsächlich ist, hilft es total, erstmal rauszufinden, wie lange wasche ich mich tatsächlich, da hier ja beides getrennt wird. Also das Ganze dann mit 6 Litern pro Minute einfach mal hochrechnen und dann den Wellness-Vorgang, das unter der Dusche stehen, das länger genießen, dann nochmal mit entsprechend 1,5 oder 2,5 Litern pro Minute dazu addieren und mit dem aktuellen Verbrauch gegenrechnen. Durchschnittlich werden bei herkömmlichen Duschköpfen auf 9 Liter pro Minute verbraucht, so die Info, die an uns weitergetragen wurde und ich denke, da kann jeder für sich ganz gut mal rausfinden, wie viel man in Zukunft an Wasser sparen könnte. Zu den technischen Daten kann man eigentlich sagen, dass man insgesamt von dem Duschsystem eine Höhe von 2,20 Meter hat plus Reservoir, das liegt ungefähr bei 10 Zentimetern. Mit 2,30 Meter muss man schon rechnen, egal welchen Duschkopf ich benutze, beide laufen auf 220 Volt und verbrauchen ungefähr 400 Watt. Die Anschlüsse sind ganz herkömmlich und ein Stromanschluss wird natürlich aufgrund des Displays und der Pumpe auch benötigt und vom Gewicht bewegen wir uns ungefähr, da haben wir jetzt keine genaue Kilogrammzahl, aber um die 65 Kilo. Kostentechnisch ist das natürlich auch immer so ein bisschen variabel. Wir haben jetzt mal bei der Basisausstattung angefangen und das Ganze startet so ab 4.000 Euro, abhängig davon, welches Zubehör man noch dazu wählt, ob noch eine Pumpe dazu kommt, welcher Duschkopf gewählt wird. So zwischen 4.000 und 6.000 Euro wird die Dusche dann doch kosten. Alternativ zu der E-Shower gibt es noch das Blue-Modell, welches besonders viel Energie spart, läuft nämlich nur auf 12 Volt und braucht nur 40 Watt. Das System selbst funktioniert so, dass es die Wärme des gebrauchten Wassers extrahiert und dann dem frischen Wasser neu zugibt. Von der Größe her ist sie auch überschaubar, also hat eigentlich nur 60 bis 70 Zentimeter von der Höhe. Das macht sie besonders leicht. Sie ist in der Höhe adaptierbar und das ist natürlich auch interessant für uns, da wir ja nur zwei Meter Höhe zur Verfügung haben. Das sind auch ganz herkömmliche Anschlüsse, also auch für das Warmwasser und leicht zu installieren. Okay, wir sind jetzt raus und unser Fazit ist, leider können wir die Dusche wahrscheinlich so nicht integrieren. Weil sie zu groß ist, also zu hoch. Sie ist zu hoch. Oder unser Raum ist zu niedrig. Unser Raum ist wahrscheinlich eher zu niedrig, als dass die Dusche zu hoch ist. Also 2,30 Meter müsste man schon einplanen. Ja, das hätten wir vorher einplanen müssen, dann wäre das aber auf Kosten unserer Schlaflofts gegangen. Und da weiß ich nicht, wie wir uns im Nachhinein entschieden hätten. Aber es war total wichtig für uns, nicht nur das Produkt digital kennenzulernen, sondern auch die Menschen. Ja, wir sind ja aber auch Menschen. Total. Ja, es ist einfach schade. Es passiert jetzt noch einiges auf dem Markt. Das Thema Tensile ist und bleibt das große Problem. Aber die Entwicklung geht trotzdem voran. Es gibt halt noch nicht die Lösung von vorne herein, das Wasser nachhaltig in einem Kreislauf so aufzubereiten, dass die Tenside, ob durch einen Filter oder Ähnliches, in den Griff bekommen werden können. Und da müssen wir einfach abwarten und darauf hoffen, dass irgendwann ein Produkt, welches wir dann auch für uns einbauen können, welches ultraleicht ist und wie bei dem Showerloop-System, welches ja auch als Open-Source-Produkt online verfügbar ist, alle zwei, drei Wochen auswechseln müssen, weil einfach tatsächlich diese Seifenreste schwierig sind. Ja, aber es gibt immer noch Hoffnung. Also vielleicht können wir die Dusche noch ein bisschen verkleinern von der Höhe. Also auf jeden Fall war es eine tolle Sache. Es war gut, dass wir hergekommen sind, dass wir uns das mal ansehen durften. Wir verlinken euch die Website auf jeden Fall unten nochmal und hoffen, dass ihr auch durch unsere Übersetzung und das Bildmaterial euch ein bisschen was rausziehen konntet. Und ansonsten sagen wir bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Tschüss. 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 Tschüss.